Akzeptieren Sie den Bonus, indem Sie im Bereich Aktuelle Boni unter Neue Boni auf Jetzt sichern klicken. Sofern ein anderer Bonus aktiv ist, wird Ihr Direktbonus unter Offene Boni gereiht, nachdem Sie ihn akzeptiert haben. Klicken Sie auf Aktivieren, um den Direktbonus zu aktivieren. Nun scheint der Bonus unter Aktive Boni auf. Wollen Sie einen aktiven Bonus löschen, klicken Sie auf Löschen und bestätigen die Löschung endgültig, indem Sie auf den gelben Löschen-Button klicken. Mit einem Klick auf Ihr Guthaben rechts oben sehen Sie Ihr auszahlbares, eingeschränktes und gesamtes Guthaben. Platzieren Sie Sportwetten mit einer Quote von 1,7 oder höher, um den eingeschränkten Betrag freizuspielen.